Ja, wir befinden uns immer noch im Abschnitt Ethernet und wollen uns jetzt mal verschiedene Ethernet-Technologien kurz angucken. Also die ursprüngliche Idee von Bob Metcalf war ja, dass sich sozusagen alles an einem Medium abspielt. Deshalb dieser Name des Ethers. Die ursprüngliche Verkabelung dafür war tatsächlich ein Yellow Cable. Alles hing an einem Kabel und ein paar Transceiver ermöglichten dann den Zugang zu den Endgeräten. Von der Bezeichnung her 10 Base 5, also 10 Megabit pro Sekunde im Basisbandverfahren mit 500 Meter Segmentlänge. Da gibt es dann auch bestimmte Regeln, wie man Repeater anzuordnen hat und andere Dinge. Das war der ursprüngliche Teil, also ein Shared Media. Nun, wir haben darüber gesprochen, Shared Media hat eben dieses Problem mit den Kollisionen und ist deshalb auch kein Echtzeitbetrieb möglich. Und wenn Sie heute daran denken, dass Sie Voice over IP beispielsweise als Echtzeitsystem betreiben wollen, dann wäre das nicht wirklich gut, wenn Sie ständig Kollisionen hätten. Also wird heute was ganz anderes gemacht. Heute wird letztlich für das Kopplungselement nicht mehr ein Repeater oder ein Hub verwendet, sondern wie wir es hier sehen in dem Bild ein Switch. Und dieser Switch schaltet dann wirklich dedizierte Verbindungen zwischen den einzelnen Endgeräten. Und ich habe das hier mal in der Kennzeichnung etwas anders gemacht. Sie sehen hier x Megabit pro Sekunde und wir werden gleich darauf kommen, wie das inzwischen skaliert im Basisband als Twisted-Pair oder aber als LWL-Standard. Das sind heutzutage die Standards in der Praxis und so wird in der Praxis auch Ethernet betrieben. Wenn wir jetzt einen Blick auf verschiedene Entwicklungsstufen vom Ethernet mal werfen, dann sehen Sie, es ist also irgendwo losgegangen mal mit dem Standard Ethernet und ist über Fast Ethernet, Giga Ethernet in dem Bereich 10 Gigabit pro Sekunde, 100 Gigabit pro Sekunde. Das ist das, was inzwischen schon standardisiert ist und es wird schon darüber gesprochen, auch 1000 Gigabit pro Sekunde zu machen und irgendwann an der Stelle kommt man tatsächlich auch an die physikalische Grenze. Und das Ethernet selber wird von einem IEEE-Komitee, Sie haben diese Zahl schon öfter gesehen, 802.3 bearbeitet und innerhalb dieses Komitees gibt es eine Reihe von Standardisierungen. Sie sehen das hier, das war diese drei U, Fast Ethernet, Z war Gigabit Ethernet und nun sind wir inzwischen bei BQ, BJ, bei ähnlichen Standards zu 40 Gigabit pro Sekunde im Basisband über Kupferkabel übertragen. Ist also eine Standardisierung, die im Augenblick gerade aktuell ist. Und durch diese Entwicklung wird es tatsächlich auch spannend, dass sich Ethernet von einem lokalen Netzstandard entwickelt hat, hin zu einem Weitverkehrsstandard. Und dieses Ethernet jetzt als Carrier zu nutzen, das sind sozusagen die Entwicklungen der letzten Jahre. So und mit dieser Entwicklung findet eben eine Entwicklung zum Carrier statt und Sie finden die neuesten Entwicklungen zum Beispiel auf der Seite von dem Metro Ethernet Forum.